In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Kaffeespezialität mit Ihrer WMF 950S zubereiten können. Stellen Sie Ihre Tasse oder Ihr Glas auf die Tropfschale. Passen Sie die Höhe des Auslaufs an Ihre Tasse oder Ihr Glas an. Wählen Sie über das Touchdisplay das gewünschte Getränk, in diesem Fall einen Cappuccino, aus. Ihr Getränk wird nun ausgegeben. Der Fortschritt der Getränkezubereitung wird auf dem Display angezeigt. Der Cappuccino kann nun von der Tropfschale genommen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017